Ich habe gerade zur Tanida gesagt, diese die Zeit mit deiner Tochter, weil in drei Jahren ist sie dann auch Pflücke, dann hat sie nur noch mich. Denn it's only me left maybe in three years and the dogs and the cats, weil die Kinder sind dann ausgeflogen. Selina geht ja eh schon so gut wie gar nicht mehr mit. Naja, so ist das. Wir sind jetzt hier schön am Bangtau Beach. Große Wellen, also da gehe ich halt nicht rein. Und da sind auch ein paar Leute da, wie man sieht. Es ist das Möbenpick Hotel da hinten. Also wir stehen gerade vor dem Möbenpick Hotel. Also Bangtau Beach, der ist schon, der hat schon eine gute Länge. Can eat now, ne? What is it? It looks almost a little bit like a pineapple from the distance. But it is not for eat, ne? Schöner Baum hier. Schaukeln ist doch immer wieder was Schönes, ne? Hoffentlich kracht der Ast nicht ab. Was ist denn das? Schaut aus wie ein Flugzeug. Er kommt ja vom See. How long is it? Wahnsinn. Komisch, oder? Aber vielleicht verknotet irgendwie mit einem anderen Haar. We are finally at the distance. Ah, from the fish, from the Kugelfish. Da ist ein toter Kugelfish. Daher kam das, ja, okay. Lass doch. So, okay. Weil das Mikrofon ist in der Mitte. Habt ihr irgendwas zu sagen? Do you want to say something? No. No. No swimming because of the waves. Die Wellen sind so stark, da soll man natürlich nicht schwimmen. Wie man sieht, gibt es hier auch wunderschöne Restaurants am Strand. Es ist natürlich nichts los. Aber natürlich, klar, da kann die Kokosnuss nicht mithalten. Mit so einem schönen Ambiente hier. Unser Ambiente ist halt wieder anders. Aber hier sitzen, schön den Sonnenuntergang zu genießen. Ein Fläschchen Wein. Und einen schönen Fisch essen, hat was. Die da drüben trinken sogar Wein. Na gut, hier schaut halt keiner nach. Ist ja Blödsinn mit dem Alkoholverbot. Schön. Bangtao Beach, Phuket. Ja, Ternida und Kiana sind da vorne. Ich muss jetzt wirklich mal schauen, dass ich mir noch Mikrofone besorge, die dann wireless sind. Wo man sie vielleicht auch noch reden hört. Wo man das alles noch ein bisschen live-liger machen kann. Und hier natürlich wieder jede Menge Andenken unserer wunderbaren Wegwerf-Zivilisation. Ist doch immer wieder schön, solche schönen Plastikbecher zu sehen. Und Flaschen, Tüten, ein bisschen Steropor oder was das auch immer ist. Ja, ich meine, das ist ja Ansichtssache. Der eine sagt, das schaut schlimm aus. Der andere findet es schön. Wie findet ihr das? Eher schön oder eher schlimm? A lot of shit hier. Menni. Das ist halt der Müll aus dem Meer hier. Die Muscheln. Das ist ja auch irgendwie Abfall aus dem Meer. Tote Muscheln. Aber die schauen halt schon schön hier am Strand zu laufen. Ich warte ja immer noch, wir warten ja immer noch auf unser Päckchen mit einer Million drin. Oder mit irgendwas. Aber komm, da haben wir eigentlich bis jetzt noch kein Glück gehabt. Ach, Kolgade. Irgendwie schön aus. Und das ist halt unser menschlicher Müll, den wir dann halt leider produzieren und immer noch weiter produzieren. In manchen Ländern wurde es ja schon eingestellt, aber in Thailand doch noch nicht. Aber hoffen wir mal, dass die Menschheit irgendwann mal schlau genug ist und diesen Schwachsinn einstellt. Früher hat man es ja auch nicht gehabt. Hier ist gerade ein kleines Fotoshooting. 3 Mädchen oder 2 Mädchen und ein Junge? Was denkst du? 2 Mädchen und 1 Junge. 3 Junge. Ja, hier haben wir schon die erste Tasche. Original Maustasche. Und wie viel für die Maustasche? Die Maustasche. Bücher, Pustet. Das ist ja aus Deutschland, oder? Ja. Das können wir nicht verkaufen. Für 100 Euro wird man es eventuell hergeben, oder? 100 Euro. Obwohl es ein Geschenk war, aber ich glaube... You know who give it to us? I forgot. Na ja, der wird nicht böse sein, weil wir das Geld gut brauchen können jetzt. Original Gucci und lauter so ein Zeug. Ich kenn mich auch nicht aus mit dem Geschmarr. Das habe ich schon gesagt. Die verkaufen wir jetzt. Dann machen wir ein Video. Was haltet ihr davon? Wo die Tanita zeigt, was sie hat. Und dann we put a Art vom Kiana inside. Like a CD she painted. We make a set. And sell it. What do you think? Na ja, da kommt wieder gar kein Feedback. Ich hab ja versucht, dass ich jetzt eine Meinung kriege, was ich davon denke. Was denkst du darüber? Machen wir das? Eine Stunde. Eine ganz angenehme Regenzeit. Genau so, wie man es sich vorstellt. Ein bisschen bewölkt. Nicht ganz so heiß. Aber eigentlich wirklich super. Bangtau Beach. Wie man sieht, sind so einige am Strand. Auch hinter mir, die ein bisschen Picknick machen. Es sind einige Leute am Strand. Die haben ihre eigenen Tische gebracht. Wahrscheinlich ein Picknickkorb, ein paar Bier. Und genießen halt ihr Dasein. Es ist ja auch wirklich schön. Und man muss ja bedenken, wir haben Regenzeit. Gut, zum Schwimmen ist es nicht so gut. Aber man kann sich trotzdem ein wenig anfeuchten im Meer. Manchmal ist es ja auch wieder ruhig. Dann geht es wieder. Aber jetzt ist es schon ein wenig gefährlich, wenn man reingeht ins Wasser. Wenn man ihn schaut. Aber die Regenzeit an sich. Es regelt mal nachts zwei, drei Stunden. Oder tagsüber mal. Good that we didn't throw everything. We didn't throw. She tried to sell something. But not too much. She sold anyway. She only wear it how long. Not long anyway. Dieter, hier gehst du doch immer hin, wenn du da bist. Da vorne. Beim Paul. Da schicke ich dir jetzt einmal das Video. Dass du weißt, wie schön es hier ist in der Nebensaison. Das ist wirklich geil. Und zur Zeit ist halt immer noch so, die Straßen sind leer. Man kann überall gut hinfahren. Natürlich, diese Sandbox-Dinger. Ist ja auch logisch, das Sandbox. Weil wir haben ja auch hier den Sandstrand. Ja. Also, wenn der jetzt dann noch diese Box ... Was ist das für Laden? Also, ja. Das ist gut gemacht. So ähnlich wie ein Kaulack. Das war vorher auch nicht da. Also, es entwickelt sich dann doch immer wieder was. Klar, schöne, relaxte Atmosphäre am Strand. Man sieht, da ist sogar einigermaßen was los. Wenn du jetzt noch eine Box am Strand stellst, dann hast du ja die Sandbox immer bei dir. Dann kannst du vielleicht sogar das Hotel umgehen. Das könnte ja rein theoretisch sein. Müssten wir mal nachfragen. Sandbox, Sandstrand. Sandbox, Phuket. Hier mit Pool sogar. Für die Kinder. Letztes Mal, als wir geritten sind, da war der Cassius noch am Leben. Jetzt kommen noch ein paar Pferde hier. Auch schön. Ein bisschen Reiten für die Kinder. Wann war das? Weiß ich nicht. Mit dem Cassius, oder? Ja. Als der Cassius noch gelebt hat. Da waren wir doch auch hier am Strand. Da waren doch auch Pferde. Wirst du da geritten damals? Ja, das ist pinke. Ja, pinke. Na ja, vielleicht sollte ich mir auch pinke Haare machen. Oh, Corona. Sie hustet. Piana hat Husten. Gefährlich. Mama, step on poop. On oil, oder? Yes. You step on... Ah, ich habe ja gehört, they have a lot of oil for some day coming here, but you step on oil, oder? I hear that, Tamara told me. Where? Bitte abonniert unseren YouTube-Kanal. Ja, danke. Super, give me five. Yeah. Und das in dieser Gegend hier. Ist das nicht geil?